Guten Tag Freunde, Jeremy hier. So halte ich mich den ganzen Tag frisch. Alter Schwede habe ich eine dicke, tiefe Stimme. Ich habe mir gerade so ein bisschen einen runtergeholt, bin aber nicht gekommen und habe dabei nicht mit einem Mädel geschrieben, so wie ich das früher gemacht habe, um sozusagen meine Power zu steigern, sondern... Ich habe mir das neueste Video von Rainer Look angeschaut. Es sind einfach so ein paar Hacks im Leben, die dich einfach für einen kurzen Zeitraum Testosteron geladener machen. Und das, was ich gerade getan habe, ist einer dieser Hacks. Am besten du hast... Rainer Look's YouTube und Instagram abonniert. Das wird noch besser.